Guten Morgen, liebe Aldrea, grüße Sie, guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben ein schickes mit dabei. Ich glitzere schon im frühen Morgen, wie Sie sehen. Ja, und die knackigen Hosen. Ich glaube, wir beginnen allerdings jetzt hier mit meinem schönen Strickjagdchen, oder? Da hast du vollkommen recht, denn die ist so ein Highlight. In Fuchsia, schwarz oder taupe, dürfen wir Ihnen dieses Mal. Wie die sitzt mit Pumps oder auch flachen Schuhen. Bei meinen Damen, ganzes Slimfit-Geschichte. Elastan-anteilig, diese tolle Hose, die einfach super shaped. Aber wahnsinnig sexy, natürlich auch gerade für diejenigen unter Ihnen, die versuchen, eine Stiefelhose zu finden. 79,99 Euro und dann schauen wir mal auf das Shirt. Das ist eine Premiere, meine Lieben. Die ist wirklich eine kleine Sensation. Durch eben diese Schnittformen haben Sie immer eine tolle Silhouette. Schauen Sie mal, wie niedlich, wie lebendig das Shirt auch wirkt. Ohne dass es viel, ich sag mal, Aufhebens und viel Farbe bringt. Ganz kleinen Gucker, Vorgucker sozusagen drauf gehabt. Und jetzt können Sie sich die wirklich sehen, okay, da muss ich nicht einen Longtop drüber ziehen. Ja, weil ist sie vielleicht dann zu Jaggans, Leggans wirkend. Nein, es ist eine richtige Hose. Auch für die reifen Damen, auch für die sehr reife Dame, eine mega Empfehlung für die große Hose. Für jedes Alter, schauen Sie sich das wirklich.